Der Hamburger SV und Wehn Wiesbaden trennen sich 3 zu 0. Dürfen die Hamburger wieder träumen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Gut, Wehn war vielleicht heute erst nicht der Maßstab, den es zu besiegen gilt, aber ja, es war heute eine sehr souveräne Leistung, sehr gute Leistung vom HSV und Wehn Wiesbaden hatte eigentlich heute kaum was entgegenzusetzen. Sie hatten eine Riesenchance zum 1 zu 0, die blieb allerdings ungenutzt und so war es. Muhheim, der mit einem Sonntagsschuss ein bisschen Glück war dabei in der 32. aber insgesamt das verdiente 1 zu 0 erzielte und somit auch den Pausenstand. Nach der Pause, würde ich sagen, sind die Hamburger wieder viel besser reingekommen. Wiesbaden gefühlt noch etwas unsortiert, Bennisch in der 51. mit dem 2 zu 0 und das schien dann auch schon die Entscheidung zu sein, weil Wehn Wiesbaden gerade in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich zu den Torchancen gekommen ist, wo man gedacht hätte, ja, es kann auch was passieren. Allgemein ist die Partie so ein bisschen eingeschlafen, hatte man das Gefühl. Den Schlusspunkt setzte dann Königsdörfer in der 85. Minute mit dem 13 zu 0. Ich würde sagen, insgesamt in der Höhe geht das auch in Ordnung und Hamburg hat jetzt erstmal wieder 44 Punkte, ist an Düsseldorf wieder vorbei, immer noch 5 Punkte hinter Kiel und über St. Pauli brauchen wir gar nicht zu reden. Aber trotzdem kann man darauf aufbauen. Es ist natürlich nicht der Maßstab, den es noch zu schlagen gilt in den letzten Partien des Jahres. Aber trotzdem wird es der Psyche und vor allem dem Selbstbewusstsein des HSV sehr, sehr gut tun. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Bis zum nächsten Video und ciao.